ja hallo und herzlich willkommen auf meinem free to play kanal heute mal wieder eine folge dirty bomb sorry dass im hintergrund meinen stuhl ein bisschen knatscht aber was soll ich jetzt machen habe jetzt gerade kein öl hier dass ich den ölen könnte ja ich habe schon ein paar tage nicht mehr gespielt ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt sorry dafür ich sehe hier gerade im feature merck phantom oder mal so der kostet 10 euro oder 50.000 coins hier ein turm ist leiser machen relativ laut hier auf meinen ohren ja das ist doch schon wieder ganz schön scheiße warum ist das so teuer hier alles kann man die nicht so schon nehmen nehmen wir diesmal mal ein bisschen hier ich weiß es nicht also die sind gerade hier in der rotation das sind wie es aussieht wieder mehrere dazu gekommen war das schon immer so viel kommen nehmen wir einmal rein hier haben wir doch schon drin hier oben die haben wir schon kommen aber so ein frauensquad hier würde ich sagen lieber mal die drei mädels hier gut ein mädel ist ja hier oben noch aber das brauchen wir jetzt nicht so okay was haben wir hier ein case kann man noch öffnen machen wir das da auch mal kommen bitte was einmal was schön dass einmal glück haben los kommen die hatten wir schon mal genau dasselbe bestimmt na gut ja dass hier focus haben wir dann mit just flinching when hit well iron side of the scope bei 50 prozent auch ich hatte das spiel doch mal auf deutsch gestellt warum ist jetzt schon wieder englisch das verstehe ich auch nie wenn ich es einstelle geht es nicht mehr da muss ich erst wieder raus aus dem game glaube ich egal können wir das mal so lassen ist ja scheißegal wir wissen ja was hier abgeht ich habe gemerkt oder davon gehört dass ein neuer modus am start ist den will ich jetzt auf jeden mal spielen auf jeden fall mal spielen hätte doch noch nicht scheiße diese execution oder der execution oder der war nur in der beta phase konnte man kurz mal ein zwei tage anspielen aber ich habe ich gesehen dass man den spielen konnte verdammt einfach falsch gedacht da war aber eine schöne runde objekte war ganz easy mäsi machen wir mal mit der hier zuerst in näherungsmine eine miene brauchen wir bestimmt nicht oder kommen jetzt mal hier immer was nehmen in den kanister ach toll eine räudige schrotflinte ist nicht so pralle kann ich dir noch mal nehmen also muss ich dir jetzt hinbringen scheiße scheiße komme ich hier durch nein natürlich nicht ach schade ja es war klar dass ich das nicht schaffe soweit komm ich will eine andere waffe ich will eine andere waffe vom f2 f2 nehmen aber die hier wissen dass major und naga oder so granatenwerfer wohl geil alter sehen ob wir hier überhaupt irgendwie mal durchkommen scheiße komm rein wieder in den kampf wir müssen das schaffen das dahin zu bringen komm wir müssen ich muss jetzt hier helfen helfe meiner kameradin oder kamerad weiß ich nicht scheiße komm vorsicht komm granatenwerfer auf kuh scheiße ah oh mein gott die hatte wohl dieselbe idee wie ich die scheiße das schaffen wir doch nie weg schon so weit weiter da sind ja alle ach du scheiße jetzt aber schnell schnell rein hier nein scheiße herr schafft man nicht dadurch zu raschen zu krass zu krass komm ich muss wieder rein ins game meine männer brauchen mich hier spawnen doch immer die gegner die ganze banausen ganzen banausen ja mal alle rausknallen da egal äh wo denn shit nachladen was ist das war doch noch einer um die ecke hier oder nicht was ist das denn da krass hm scheiße wir müssen irgendwo ist denn das objekt ach das liegt ja immer noch da na toll muss man irgendjemand aufheben und die hinbringen ah da kommt es schon sehr gut oh nein nicht sterben immer raus mit dem scheiß kommt schon oh scheiße wir kommen da wir kommen da echt nicht durch das ist zu krass ich sag's euch es ist zu krass dann kommen wir noch von da oben nee ey das wird doch nix ein perfektes team da wär's schon wichtig ey ein eingespieltes top team bräuchte man hier wenn man genau weiß wer was macht und so so fehlt halt die kommunikation ne das ist ganz logisch klein ratte ey Alter, von wo schon wieder? Alter, ach, von da oben? Oh Gott Muss ich gar nicht, dass man da irgendwie schießen kann Komm Leute, wir müssen es jetzt endlich mal packen Wir müssen da jetzt mal durch So, nimm auf, genau Ja, nimm mit Nicht liegen lassen hier Wir müssen das da hinbringen Die kleinen Ratten So, wo seid ihr jetzt hier? Scheiße Oh, ich schaff's auch nicht da reinzuschießen, glaub ich Scheiße, ey Ja, das wird nix Das ist zu schwer Ja, definitiv Die haben sich da richtig verankert, da In dem Gebäude Verschanzt, meine ich Das geht gar nicht Hat er jetzt aufgenommen? Das Symbol ist doch immer noch hier Wir sterben hier immer wieder Nein Scheiße, da war aber auch noch einer Scheiße, nee Komm Die Taktik war schon ganz gut Das müssen wir nochmal machen Wir haben doch nicht mehr viel Zeit Noch zweieinhalb Minuten Man bräuchte jetzt irgendwie Einen Sniper-Banausen hier Das wär perfekt Ist so So, den hol ich jetzt mal schön da raus Die Drecksau Wo ist er? Wo sind sie? Wow Scheiße Den hätt ich gern gehabt Oh Mann Jetzt weiß er natürlich, dass ich wiederkomme Wenn ich gleich da hingehe Scheiße Hätt ich den gehabt, ey Kommt Leute, ihr schafft das Unter zwei Minuten hier nur noch Kommt schon Kleine Drecksratte, Alter Nein Ich wusste es Ich hab ihn doch schon wieder Ich hab die Ratte doch schon wieder gehört Ah Scheiße Voll bitter Was ist denn F Ach, da kann man noch so eine Waffe Ach, da kann man noch irgendwas machen Märtyrer-Tod Hammergeil Mann Wir müssen doch da mal durchkommen, ey Was ist denn das? Das schaffen wir nicht mehr, ey Hängen die jetzt wieder da oben? Wir müssen echt aufpassen, oh Was macht die Ratte da? Scheiße Oh Mann, wo kommt der denn auf einmal weg? Nein Ist der auf einmal von der anderen Seite gekommen, oder was? Scheiße, ey Ah, Dreck So, ein Kack Ah, jetzt haben wir's verloren Schade Mist, ist aber auch nicht einfach, ne? Da ranzukommen Das ist schon echt nicht ohne Aber hier ist ein paar sexy Punkte Verhindert Evie Im Betriebnahme Halt Das Evie Auch Beschützt Das PCO-Gebäude Tja Okay, also wir sind jetzt Verteidiger Verteidiger ist irgendwie cooler, finde ich Mal schauen So, F6 zum bereit machen Jawohl Ach, die Shotgun ist nicht so geil Bringt nicht so viel, ne? Müssten wir immer schon nah ran Aber ich nehme natürlich Stingens hier Wieder Wie eben Die ist cool Okay, jetzt wird's spannend Mal sehen, was wir hier machen können Let's go Okay, stoppen Das haben wir ja schon mal ganz gut geschafft Ach toll, was soll ich denn hier? Ja First Blood Sehr gut Nein, sterbe Sterbe Nein Ah, ich konnte die Waffe nicht so schnell wechseln Scheiße Ein Granatenwerfer ist schon geil Ist so Hä? Was ist hier los? Mal hier runter Zack Das fetzt schon Lass mal aufpassen Da laufen sie doch schon wieder Ha ha Pech gehabt Ah Hatte ich Shotgun, wa? Shit Ach nee, Sturmgewehr Noch 55 Gesundheit Ach man Ich mach mal mehr Türa Tod Bam Habe ich einen erwischt? Wahrscheinlich nicht Nur meine Kameraden Zerfetzt Da war doch heute jemand, oder? Nee, da nicht Ja, bringt das nicht ganz so viel Lassen wir mal lieber Boah, was hier denn los? Sind sie doch da hinten Da unten Überall sind sie Heftig Ach, da auch Stirb, du Sau Jawoll Oh nein, nicht sterben Hilfe Alter, was geht denn hier? Ah, komm, ich helf dir mal Mein lieber Komm, steh auf Ach, Digga Warum Jetzt willst du sterben, oder was? Oh, kriegt die mich Ich glaub's nicht Komm, mehr Türa Tod Hau rein Bam Zerfetzt Voll geil Kann man auch mal Glück haben Dass man da irgendjemanden noch erwischt, ne? Ist schon nicht verkehrt So Du Ratte Hilf doch jemand hier jetzt, oder nicht? Komm Steh auf Sag Sterb aber nicht Boah, scheiße Komm War nicht so gut, denen aufzuhelfen Das war bestimmt noch jetzt wieder gestorben Das war idiotisch Das war idiotisch Definitiv Oh, ich dachte gerade schon Das ist ja nur eine rote Lampe Schreckt man sich ja voll Können wir vielleicht mal von hinten überraschen? Boah Scheiße Komm, ich geh mal irgendwie von hinten so ein bisschen ran Wir sollen alle ein bisschen platt machen hier Ah, man, hätte ich ihn fast noch getötet Ich hab schon gesehen, dass die da noch kommt Aber ich dachte, den einen Den wollte ich noch platt machen, ey Scheißdreck Ich werd da mal ein bisschen Granatenwerfer einsetzen So, wo sind wir denn hier? Das geht hier ab Shit Einmal ein bisschen raufhauen da hinten Da Da läuft er Kommt er hier rein? Scheiße, wer macht die alle platt? Wo ist er überhaupt hingerannt? Hier irgendwo? Ich bin schon nicht mehr da, ne? Ja, ja Lohnt jetzt nicht, hinterher zu suchen Wir müssen hier auf unsere Aufgabe gucken Da oben läuft einer rum Ach, schon tot! Toll Halt, F14 Hä? Alter, erschreck mich doch nicht so So, mal platzieren die Scheiße So eine Luft sprengen Tja, hä hä Heftig Einfach mal platt machen von hier oben Voll nice Bindungsfehler wieder hier Ja, aber den haben wir Hier oben ist ne geile Position, ey Hast du da bloß aufpassen, dass keiner von hinten kommt Da Nein, wo denn? Hä? Alter, was ist da los? Ah, krieg die Sau mich! Nein! Bitter Hätte eigentlich auch ein Messer nehmen können, ey Aber hatte ich in dem Moment nicht dran gedacht Echt bitter Ne coole Waffe Komm, ich würd sagen, wir nehmen einfach mal Sparks Auch nochmal ausprobieren Was hat die denn für ne Pistole? Auf jeden Fall Medipack Und Wiederbelebungswaffe, ne Gut, werden wir Vielleicht nicht so häufig brauchen Mal gucken Nehmen wir die nochmal Einfach mal ein bisschen was ausprobieren hier Wo hängen sie denn? Dann glaube ich wieder voll rein hier Die sind noch nicht weitergekommen Hängen die immer noch hier? Jo Dann bist du weiter schon Oh, was ist hier los? Wo kommen sie denn? Scheiße, nein Gestorben Nein, 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 nein Das war echt bitter Wir haben ihre EV Wir haben ihre EV Don't let them repair it War nicht noch jemand? Abgehauen, wa? Aufpassen, wie der hier Genauer nach Front So, wie lange ist es denn noch? Noch drei Minuten oder was? Nicht so viel los gerade hier. Wo war das? Ja, hau mal richtig rein hier. Jawohl, schön. Genau, hau die Granaten da weg. Sehr schön. Sehr gut. Wow, hier kommen immer mehr. Scheiße. Ah, die Waffe ist echt scheiße. Die hat zwar Medi-Packs, aber die Waffe gefällt mir irgendwie nicht. Ich werde es trotzdem noch erstmal ein bisschen behalten. Vielleicht kann ich ja meinen Kameraden hier helfen. Ja, die habe ich. Sehr gut. Das war aber schon eng. Ich glaube, ich muss mich mal kurz irgendwie wiederbeleben hier. Zack. Ganz schnell, du. Ja, du bist wieder platt. Wunderbar. Wo kommen die dann eben von da, ne? Ach, die spawnen hier ja schon, alter. Die haben noch einen Spawn-Schutz, oder? Komm schon, mach hin. Haha. Du kleine Sau. Alter. Shit, schnell. Medi-Pack. Medi-Pack-Drop. Medi-Pack-Drop. Ah, schade. Diesmal diesen Fight nicht gewonnen. Da haben wir wieder ein paar weggeholt. Oh, gleich ist vorbei. Die finale Kampfmusik beginnt schon. Ich gebe ja meine Lieblingsstelle hier. Hier lief es doch eben schon ganz gut. Aber hier spawnen, die ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Junge. Das ist eigentlich schon ganz geil. Haha. Die einfach wegzuholen. Ja, vorbei. Geh, Mannen. Ja, was? Ich habe nichts anderes erwartet. Wunderbar. Ja, in der nächsten Folge erreichen wir Rang 5. Würde ich sagen. War das mit dieser Folge schon wieder ein bisschen über Länge. Aber ich hoffe, das ist ja nicht so schlimm. Könnt ihr in meine Kommentare schreiben, ob ihr so längere Folgen wollt, so wie jetzt. So immer so über 20 Minuten oder so, was weiß ich, so 10, um die 10 Minuten. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr so Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge. Aber let's play Dirty Bomb. Hau rein. Bis dann. Ciao.